Es beginnt mit einem ganz zitronig-fruchtigen Aroma, dann kommt so eine weiche Schokoladennote und eine ganz angenehme Schärfe. Das ist ein ganz unglaublicher Geschmack, als ich diesen Pfeffer zum ersten Mal probiert habe und das hat mich einfach fasziniert. Wir wollten wissen, wie und wo entsteht so eine Qualität und haben uns auf die Reise gemacht, genau dahin, wo der Pfeffer wächst. Und was wir da entdeckten, war nicht nur der beste Pfeffer, den wir je probierten, sondern wir durften auch die Menschen dahinter kennenlernen, die Bauern, die anbauen und mit ihren Händen ernten. Und ich kann dir eins sagen, wenn du das einmal erlebt hast, was für eine Zeit, Liebe und vor allem Leidenschaft da drin steckt, da greifst du anders zur Pfeffermühle. Und am Ende ist es genau diese Erfahrung und Wertschätzung, die wir zusammen mit unseren Gewürzen in jede einzelne Dose füllen, um sie zu Hause erlebbar zu machen. Und ich kann dir eins sagen, wenn du das einmal verrunde ist. Und ich kann dir eins sagen, wenn du das einmal verrunde, wenn du das einmal